Willkommen zu Spyro 1, dem Remaster auf der PS4. Wir haben im letzten Part den Eisflug erledigt. Und jetzt gehen wir hier nach unten. So kommen wir uns mal weg. Das schwebende Schloss. Das schwebende Schloss stört den verborgenen Baumstumpf. Ok, probieren wir. Ich denke das nervigste Level haben wir jetzt wieder in dieser Welt hinter uns mit dem Fluglevel. Ah, da liegen auch noch welche. Da kommen wir dann später hinter mich an. Okay. Okay. Das war's für heute. Okay. Ich möchte jetzt dort weiter gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das überhaupt ausgeht. Die Feen sind immer auf deiner Seite, Spyro. Ah, okay. 400 Edelsteine, 2 Drachen Filons noch. Okay. 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 Das ist ein ziemlich hohem Punkt, das ist der Version. Hier ist er passiert. und die richtigen schlüssel mit der super ladung erreichst du auch hier im schwebenden schloss neue orte probier es super ladung erst mal schauen ob hier noch irgendwas auf dem weg einzusammeln ist scheint nicht so ich muss hier weiter laufen aber ich schaue zuerst darüber oh ok danke dass du mich befreit hast so 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 So, der schickt mich jetzt da rüber. Gut, mit den Feen komme ich dann jetzt hier rüber. Ich war jetzt noch nicht hin. So, ich war jetzt noch nicht hin. Gut, sonst wäre ich hier nicht drauf gekommen. Da ist der Anfang des Levels. Ich habe einen Baumstumpf, brauche ich doch auch noch hier. Ich zerstöre den verborgenen Baumstumpf. Oh. 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 Was ist das? und wieder leben aufschlischen und ich bin wieder oben jetzt wieder hier weiter gehen und den edelstein mitnehmen was will ich den da drüben wenn ich nicht mitgenommen habe oder die da drüben und sterbe ich wahrscheinlich mit Okay, da werde ich nicht drüber kommen. Au, kacke. Da habe ich zu wenig aufgepasst. Das ist ein wenig, aber da habe ich zu wenigstens. Ich habe das auch, wie ich es nicht drüber kommen kann. Ich habe das auch, wie ich es nicht drüber kommen kann. Ich habe das auch nicht drüber kommen. Ich habe das auch nicht drüber kommen. So, dann geht das hier. Gut, hier haben wir alles, aber der verborgene Baumstumpf fehlt uns noch. Wo könnte der sein? Okay, das kommt nicht nur hier ab. Wenn ich gleiten will, muss ich sprinten loslassen. Das sollte ich mir irgendwann mal merken. Okay. Okay. Okay, du bist das cool. Da drüben. Okay, das ist auf jeden Fall. Und hier komme ich, denke ich, nichts mehr. Nee. Ich glaube, ich war schon nicht so falsch. Ich glaube, ich war schon nicht so falsch. Ich werde einfach das Flitter zu oder bin ich hier falsch unterwegs? Ich will nochmal nicht angreifen. Ich fange einfach hinzukriegen. Ich glaube, ich muss den Sprint wieder verwenden. Okay. Ich wollte auch richtig springen. Okay. 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 Diese Fuß, die, ich weiß nicht, die liegen jetzt einfach. Da liegen jetzt einfach. Wie man sieht. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man die Leben verliert. Also wenn man alle Leben verliert. Das ist echt nervig. Und ich weiß nicht nur, ob das überhaupt richtig ist, wie ich das mache. Ich bin mir nur relativ sicher, dass das der richtige Baumstumpf ist. Aber verbrennen gibt hier anscheinend nichts. Ah, dann noch mal. Jetzt nur nicht mehr unterfallen. Jetzt versuche ich mal, mich zu kleiden. Und bin auch irgendwie nicht drauf gekommen. Von hier geht es nicht. Jetzt gucken wir nochmal den anderen Weg. Und hier geht es mal. Die wollen. Ich habe es nicht. 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 ich sonst irgendwie darauf kommen war das schon richtig so das heißt wir haben hier auch die 100 Prozent da verlasse ich das Leverry so viel fehlt uns gar nicht mehr denke ich ich glaube 12.000 mit Edelstein gibt es generell ich bedanke mich fürs Zuschauen bis zum nächsten mal